Nachgefragt. Eine Sendung zu Themen von gestern, heute und morgen. Zu Themen aus Politik, Kultur, Sport und vieles mehr. Heute im Gespräch mit Ministerpräsident Oliver Pasch. Herzlich willkommen zu der Sendung Nachgefragt. Heute mit dem Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Herrn Oliver Pasch. Seit 2004 Minister der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft und seit 2014 Ministerpräsident, das heißt in der neunten Regierung. Ministerpräsident Oliver Pasch ist verantwortlich für lokale Behörden und Finanzen und darüber hinaus noch für vieles mehr, was wir sicherlich noch alles erfahren werden. Den Vorsitz der PDG hat er auch inne, aber zuerst mal herzlich willkommen, Herr Ministerpräsident. Ja, herzlich willkommen allen Zuschauern und Zuhörern und vielen Dank für die Einladung. Zuerst einmal gehen wir mal zurück, das Jahr 1971. Was sagt uns das? Es war ein bestimmt interessantes Jahr. Offensichtlich haben die Sterne gut gestanden. Hoffe ich jedenfalls, denn darum fragst du das ja auch, in dem Jahr bin ich geboren. Was bedeutet, dass ich tatsächlich in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiere? Es ist nicht mehr weithin, wer der Hörer von Radio Sunshine und auch heute Zuseher. Man darf es ruhig sagen, er ist ja rund, dieser Geburtstag und er ist im Oktober. Also so viel darf ich hier verraten. Wer mehr erfahren will, sollte seine Biografie dann ein bisschen nachlesen. Oliver Pasch ist der älteste Sohn des ehemaligen PDB-Politiker Lorenz Pasch. Und er hat einen Bruder, ist das richtig? Zwei Brüder. Zwei Brüder. Fian-Aktivist war der Papa. Was ist Fian? Der Bruder ist Fian-Aktivist, also der ältere Bruder Armin. Der war immer sehr interessiert am Weltgeschehen, an der Weltpolitik, viel mehr als an der regionalen Politik. Und er hat sich, wie meine Mutter eigentlich, immer sehr eingebracht für Menschenrechte, hat sich danach spezialisiert auf das Thema Hunger in der Welt. Und ist deshalb auch zu Fian, später auch zu Miserio gekommen. Und man sieht ihn ab und zu ja auch im deutschen Fernsehen. Er hat sich da spezialisiert in diesen Fragen. Das heißt, Sie waren dort aber auch so ein bisschen mit engagiert, oder? Ja, als ich noch jünger war, als ich es heute bin, habe ich mich gemeinsam mit ihm auch in verschiedenen Vereinigungen eingebracht, engagiert. War ein bisschen so auf dem Weg meiner Mutter, die sehr engagiert war bei Amnesty International, im Weltladen, damals noch in St. Vitt auch. Also das sind schon Themen, die mich auch immer interessiert haben. Aber sie haben nicht in die berufliche Zukunft gemündet, die mein Bruder eingeschlagen hat. Darum sind Sie Politiker geworden, oder? Da kommen wir auch noch zu. Père studierte an der Universität in Amur, oder in Arnöw. Lizenziat der Rechte. Wichtig für das Berufsleben heute? Ja, so ein Diplom kann helfen, würde ich mal sagen. Also Lizenziat der Rechte bedeutet ja eigentlich, dass man, so wird es heute übersetzt werden, einen Masterabschluss hat in Jura. Und das hat mir bei meinem Berufseinstieg sicher geholfen. Mein Ziel war ja eigentlich nicht, von Anfang an Berufspolitiker zu werden, eigentlich im Gegenteil. Ich habe mich zwar immer für Politik interessiert, ich habe auch nebenamtlich im Parlament mitgearbeitet, aber Minister einer Regierung werden, zu 100 Prozent nur Politik beruflich machen, war nicht mein Ziel. Ich habe also angefangen zunächst in einer Bank zu arbeiten. Das Jura-Diplom war dabei sicherlich eine Einstiegspforte. Genauso wie die Mehrsprachigkeit, die Tatsache, dass man mehrere Sprachen spricht, hatte für mich auf jeden Fall einen großen Vorteil. Und ich bin dann, kurz bevor ich in die Regierung der Deutschlandgemeinschaft gekommen bin, auch Regionaldirektor gewesen einer Bank, ich mache hier keine Werbung, deswegen nenne ich den Namen nicht, für den Bezirk Werwier. Und eigentlich schien mir klar, dass ich auf diesem Wege auch meine berufliche Zukunft fortsetzen würde. Bis dann die Wahlen 2004, die du eben schon in Erinnerung gerufen hast, gekommen sind und die mich in das Amt des Unterrichtsministers für mich damals völlig überraschend katapultiert haben. Da kommen wir noch zu, da sind wir noch lange nicht. Andere Frage in dem Zusammenhang, Sie waren auch Unternehmensberater. Ja, ich habe in der Bank eine doch sehr vielseitige Ausbildung gemacht, als Kreditanalyst, habe auch gearbeitet am Börsenparkett, wenn man so will, habe mich mit Anlagen beschäftigt und bin dann, nachdem ich die verschiedenen Facetten dieser Tätigkeiten kennengelernt habe, zum Unternehmensberater geworden, zunächst in Lüttich, später in Werwier. Und habe dann ganz zeitnah zu den Wahlen 2004, wenige Monate zuvor, auch die Leitung des entsprechenden Zentrums, also des Bezirks Werwier, übernehmen dürfen. Kommen wir noch ein bisschen zurück und gehen wir als junger Heranwachsender. Von 1993 bis 1994 übernahm er die Präsidentschaft der Vereinigung der deutschsprachigen Studenten Heumavier. Was heißt das? Oh, die Heumavier war in meinem Leben durchaus von Bedeutung. Die Heumavier, genauso wie die Destuna oder auch die Paludia, die Ostana, die Belania, sind Studentenvereinigungen in den verschiedenen Universitätsstädten unseres Landes und auch im Ausland. Und sie bieten den jungen Deutschsprachigen eine erste Anlaufstelle in einem für sie ja zunächst mal ungewohnten Umfeld. Ich durfte Präsident der Heumavier ein Jahr lang sein und ich behaupte heute noch, dass das für mich eine unglaublich wertvolle Erfahrung auch für das spätere Berufsleben gewesen ist. Damals galt es auch Verantwortung zu übernehmen, natürlich in anderen Themenbereichen, aber trotzdem war es eine Form von Verantwortung. Und ich habe damals schon gemerkt, so etwas macht mir eigentlich Spaß. Man kann gestalten, Verantwortung übernehmen und als Student selbstverständlich, das gehörte dazu, auch etwas feiern. Im Prinzip ist es ja durch eine katholische Vereinigung in dem Sinne, dann wären sie ja besser bei der CSB gelandet, wenn man mal das fragen darf. Nämlich, da gibt es noch ein ganz wichtiges Stichwort, Shiro, St. Witt. Was steckt da hinter? Shiro St. Witt ist eine Gruppe von Pfadfindern. Der Dachverband stammt aus Flandern, ist von der Trägerstruktur her in der Tat katholisch aufgebaut. Ich habe damals auch gerne mitgearbeitet. Zunächst natürlich als Kind, als Strolsch bin ich zu Shiro mit sechs Jahren, glaube ich, gekommen und später auch als Leiter, was die Frage nach der Parteizugehörigkeit angeht. Es gibt Katholiken in allen Parteien, soweit ich das beurteilen kann, genauso wie es in der CSB wahrscheinlich Menschen gibt, die gar nicht so katholisch sind. Soll jedenfalls vorkommen. Glauben ist nicht mehr so entscheidend in der Frage der Zugehörigkeit zu einer politischen Formation. Für mich war immer sehr wichtig, möglichst unabhängig Politik gestalten zu dürfen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, irgendwann, vielleicht kommen wir auch dazu, noch eine eigene politische Bewegung zu gründen. 1994 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Bewegung Jugend für Europa. Viele Ämter, in der Jugendzeit viel Erfahrung gesammelt und was hat es denn damit auf sich? Jugend für Europa war eigentlich mein erster Schritt in die Politik. Wir haben damals unter Studenten in Neulöwen die Idee entwickelt, als Jugendliche etwas für Europa zu tun. Europa war immer das große Ideal und wir hatten den Eindruck, dass eigentlich zu wenig für Europa getan wurde, dass vor allem junge Menschen sich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch zu wenig für europäische Themen interessierten. Und wir haben dann die Wahlen 1994, glaube ich, war das zum Anlass genommen, um eine eigene politische Liste aufzubauen, die aber, wie gesagt, noch aus deutschsprachigen Studenten bestand. Das war ganz spannend. Wir waren zu viert oder zu fünft und haben uns dann also wirklich ohne Geld und ohne alles als Studenten in den Wahlkampf gestürzt, haben, weiß ich, Neun-Sankt-Vittim-Fachheim unsere Wahlbroschüren vervielfältigt. Man hat uns das damals dankenswerterweise angeboten. Wir haben uns vor die Kaufhäuser gestellt, sind auf den Märkten gewesen und haben da unsere Zettelchen verteilt. Mehr hatten wir nicht. Und wir waren damals überrascht, aber auch sehr erstaunt, dass wir, ich glaube, 5 Prozent der Stimmen hier in Ost-Belgien bekommen haben. Das reichte nicht, um ins Europaparlament einzuziehen. War auch nicht unser Anspruch. Aber war eine interessante politische Erfahrung, die mich dann in dem Wunsch bestärkt hat, das weiterzuentwickeln. Steckte da mehr Interesse dann hinter, zu erfahren? Man hat da Erfahrungen gesammelt, man wollte dann weiter? Ja, es war irgendwo elektrisierend, zu sehen, wie so ein Wahlkampf von innen betrachtet funktioniert und wie man mit Leuten auf der Straße wirklich ins Gespräch kommen konnte, wie man dann auch die Chance erhielt, mit ihnen zu argumentieren. Ich habe immer sehr gerne argumentiert, der Austausch von Argumenten ist für mich heute noch ganz wichtig, weil ich immer der Meinung bin, die Wahrheit nicht alleine gepachtet haben zu können. Wir entwickeln uns ja auch als Menschen weiter, indem wir die Meinung anderer, auch die Kritik anderer Menschen aufsaugen und uns entsprechend weiterentwickeln. Diese Erfahrung habe ich damals mit Europa schon gemacht. Und die Verhandlungen, die es dann auch später gegeben hat, 1995, 1996, um dann auch einsteigen zu können in die Politik der deutschsprachigen Gemeinschaft, waren ebenfalls für mich eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich habe in diesen Jahren als Student, vorher als Pfadfinder und später dann beim Einstieg in die Jugendpolitik unglaublich viel gelernt. Nun, es ist ja kein Geheimnis, die ProDG stammt aus einer ganz anderen Partei. Dadurch ist sie hervorgekommen, wo ihr Papa, denke ich, eine ganz große Triebfeder war. Wie war damals das politische Leben zu Hause? War das schon prädestiniert, der Oliver soll da dementsprechend mal weitermachen von dem Papa? Ich habe den Papa in dem Sinne sehr, sehr gut gekannt. Es wird zwar offen so dargestellt, aber die Wahrheit sieht dann doch anders aus, als du in deiner Einleitung angedeutet hast. Also ProDG ist nicht die Nachfolgeorganisation der PDB. ProDG ist entstanden aus einem Zusammenschluss verschiedener politisch interessierter Gruppen. Und wir haben damals in der Tat der PDB das Angebot gemacht, den PDB-Mitgliedern das Angebot gemacht, bei uns einzusteigen. Ich weiß aber sehr wohl, dass es auch andere Parteien in Ost-Belgien gegeben hat, die der PDB entsprechende Angebote gemacht haben. Und nicht alle PDB-Mitglieder sind danach zu ProDG gewechselt. War es ein Must, weil es ist ja PDB, der Partei der Deutschsprache in Belgier. Das war so ein bisschen, denke ich, direkt haarig gedacht nach den vergangenen Jahren, die ja hier auch noch Nachkriegswehren mit sich brachten. Partei der Deutschsprache in Belgier. Der Name störte mich nicht, Partei der Deutschsprache in Belgier. Das ist nichts Anrüchiges. Deutschsprachige Belgier gibt es ja auch heute noch. Warum soll nicht eine Partei so heißen? Das hat mich nicht gestört. Aber ich war damals der Meinung, dass die PDB an das Ende der eigenen Programmatik gekommen war. Dass keine Entwicklungsperspektiven in der PDB mehr vorhanden waren. Das Programm war größtenteils sehr erfüllt, wenn ich an die institutionellen Fragen denke. Und vor allem war ich der Meinung, Politik darf sich nicht darauf beschränken, über Institutionen zu diskutieren. Die Forderung nach mehr Autonomie war sicherlich berechtigt. Aber sie hätte mir nicht ausgereicht, um politisch zu gestalten. Ich war der Meinung, dass Politik viel breiter gefasst sein muss. Und deswegen habe ich ja dafür plädiert, ich habe das nicht entscheiden können, aber dafür plädiert, dass die PDB sich besser auflöst. Das hat sie am Ende auch gemacht. Und ich habe das Angebot gemacht, bei uns mitzuwirken. Aber wenn du auf die erste Liste schaust, die wir überhaupt als ProDG zustande gebracht haben 2009, dann war das eine wirklich offene, freie Bürgerliste. Und so verstehen wir ProDG auch heute noch. Aber die eigentliche Frage im Hintergrund war ja auch, ob das Familienleben mein politisches Engagement irgendwo beeinflusst hat. Ich würde die Frage mit Ja beantworten. Aber vielleicht nicht so, wie man das glauben könnte. Mein Vater hat mich sicherlich nicht in die Politik gedrängt. Er hat immer das Gegenteil versucht. Er hat versucht, mich davon abzuhalten, weil aus seiner eigenen Erfahrung damit nicht nur Gutes verbunden gewesen ist, um es mal so auszudrücken. Und das Familienleben, das kann ich als Kind noch damals bezeugen, darunter auch sehr stark gelitten hat. Und er wollte mir eigentlich diese Erfahrung eindringlich ersparen. Ich hatte das, wie gesagt, auch nicht vor, aber ich war natürlich politisch interessiert, weil wir am Küchentisch zu Hause auch über meine Mutter ständig politische Themen diskutiert haben. Also ich habe schon einen gewissen Virus wahrscheinlich aufgesogen in dieser Zeit, aber damals noch nicht verbunden mit dem Wunsch, wirklich politisch engagiert zu sein. Dieser Wunsch ist erst später aus mir selbst heraus entstanden. Das war sicherlich nicht die Planung meines Vaters. Bleiben wir kurz bei der ProDG in dem Zusammenhang. Eine eigene Partei in der deutschsprachigen Gemeinschaft, die national aber nicht in Betracht kommt, oder? Sie kandidiert nicht national, das muss sie auch nicht. Es gibt ja in Belgien, wenn man genau hinschaut, überhaupt keine einzige nationale Partei. Es sind nur regionale Parteien. Es gibt flämische Sozialisten, frankofone Sozialisten, flämische Christdemokraten, walonische Christdemokraten. Das kann man auf jede politische Familie übertragen. Insofern ist das, was wir hier als ProDG für Ost-Belgien geschaffen haben, kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt, wie gesagt, überhaupt keine nationalen Parteien. Also müssen wir auch keine sein. Interessant ist aber, dass wir über ProDG durchaus in der Lage sind, ich glaube, das kann man jede Woche sogar über die Medien mitverfolgen, mit allen politischen Parteien und Familien sehr ernsthafte, konstruktive und oftmals auch erfolgreiche Gespräche und Verhandlungen zu führen. Wird das mehr Freiheit? Man kann viel besser seine Partner mitnehmen? Man muss nicht ProDG-Mitglied sein, um mit anderen Parteien zu sprechen. Das will ich nun wirklich nicht behauptet haben. Aber ich selbst empfinde es, und das gilt für mein gesamtes politisches Sein, als angenehm von einem Verhandlungspartner nicht in irgendeiner Form abhängig zu sein. Ich bin immer dankbar dafür, mit den Mitgliedern anderer Parteien diskutieren zu können, auf Augenhöhe und das auf der Grundlage von sachpolitischen Argumenten. Ohne darüber nachdenken zu müssen, bin ich jetzt dessen Mitglied. Und vielleicht, oder riskiere ich gegebenenfalls etwas, wenn ich jetzt eine bestimmte Position einnehme. Ich bin da immer für Unabhängigkeit gewesen. Ich stelle fest, dass man mit allen demokratischen Parteien in Flandern, in der Wallonie und in Brüssel sehr gut diskutieren kann, in meiner Funktion als Mitglied von ProDG. Ich behaupte aber nicht, dass andere Parteimitglieder das nicht auch könnten. Aber ein Nachteil ist es sicherlich nicht. Kommen wir nochmal kurz zurück. 2004, Einstieg in die Deutschsprachgemeinschaft als Minister. Als Minister für wissenschaftliche Forschung und Unterricht für Unterricht. Das ist ja zwei Legislaturperioden gewesen. Was waren da die Eckpfeiler, die Sie gesetzt haben? Weil da gab es ja eine komplette Umstrukturierung. Das Schulwesen wurde umgestreckt, auf gut Deutsch gesagt. Da haben Sie ja vieles bewegt. Was ist für Sie da der wichtigste Werk? Also ich bin sehr dankbar gewesen dafür, dass ich damals gerade dieses Unterrichtswesen übernehmen durfte. Das war ja damals ja ein Schlafwagenabteil. Das würde ich nicht behaupten, aber es war ein Thema, das mich beschäftigt hat. Du sprachst ja eben schon mein Engagement in Studentenvereinigungen an. Ich könnte das in Schülerzeitungen in den Zeiten zuvor auch noch hinzufügen. Also Unterricht, Bildung war für mich immer wichtig, weil Bildung eben über die Lebensperspektiven jedes einzelnen Menschen entscheidet. Und deswegen wäre ein großes Interesse daran, erstens eine hohe Bildungsqualität und zweitens eine hohe Bildungsgerechtigkeit zu organisieren. Also dass der Bildungserfolg eben nicht vom eigenen Geld beutet oder vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Das war mir immer sehr wichtig, Qualität mit Gerechtigkeit zu verbinden. Und ich hatte schon den Eindruck, dass wir einen großen Reformbedarf damals gehabt haben im Unterrichtswesen. Und deshalb habe ich mit nationalen, aber auch mit internationalen Experten zusammen ein sogenanntes Gesamtkonzept für das Bildungswesen der deutschsprachigen Gemeinschaft entwickelt. Und sicher auch aufgrund meiner Unabhängigkeit habe ich dann sehr schnell auch Reformen umsetzen können. Wie geht man praktisch daran, an diese schwierige Aufgabe? Nämlich es war ja so, dass diese Reform bedeutete, man lebt in Belgien, Dreisprachigkeit, aber hauptsächlich Deutsch. Wie geht man da? Man muss ja Reformen reinbringen. Das sind Entscheidungen, die vor meiner Zeit getroffen wurden. Also nach der Übernahme des Unterrichtswesens in den 90er Jahren war klar, dass in der deutschsprachigen Gemeinschaft, in den Schulen der deutschsprachigen Gemeinschaft die Hauptsprache Deutsch sein würde, so wie das anderswo im Land ja auch organisiert wurde. Das sind Dinge, mit denen ich mich nicht mehr zu beschäftigen hatte. Ich habe das Unterrichtswesen so übernommen, wie es schon strukturiert war, 2004. Aber ich habe in der Tat mich sehr dafür eingesetzt, mehr zu tun für die Mehrsprachigkeit, von der wir damals schon feststellen mussten, dass sie Probleme bekam. Immer weniger deutschsprachige Studenten waren in der Lage, im ersten Studienjahr in der französischen Gemeinschaft mitzukommen. Es gab Sprachnachteile und ich wusste das ja aus eigener Erfahrung. Und deswegen habe ich damals sehr viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um das Französisch in unseren Schulen stärker zu fördern. Habe aber auch im Nachhinein die Erfahrung gemacht, dass politische Entscheidungen, politische Maßnahmen alleine nicht reichen, um die Sprachkenntnisse eines Menschen zu verbessern. Dazu gehört sehr viel mehr. Vor allem auch gehört dazu, die Erfahrung außerhalb des Unterrichts, außerhalb der Schule in eine Sprache einzutauchen. Daran fehlt es manchmal noch, auch leider Gottes hier in Ostbelgien. Richtig ist aber, dass die Mehrsprachigkeit immer für mich ein wichtiges Thema gewesen ist. Ich mache meinen Sprung und gehe zum Jahre 2014. 2014 Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Nun war es so, ein Prodigier, eine nicht direkte Partei, die in Belgien bekannt war, CSB, PS oder die Liberalen, übernahm das Ruder in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Wie hat man sich an dem Abend gefühlt der Wahl? Oh, an den Abend der Wahl erinnere ich mich zwar noch, aber der war nicht so entscheidend. Mir war nur zu dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Wahlresultate klar, dass die Möglichkeit bestehen würde, in den dann folgenden Koalitionsverhandlungen das Amt des Ministerpräsidenten damals von Karl-Heinz Lamberts zu übernehmen. Mir war aber auch klar, dass diese Verhandlungen so ganz einfach nicht sein würden, weil, soweit ich das beurteilen konnte, mein Amtsvorgänger noch nicht amtsmüde war. Er hatte noch keine große Lust, zumindest nach außen getragen, dieses Amt an mich abzugeben. Mir wurde also klar, dass da auch schwierige Gespräche bevorstehen würden. Aber wir hatten damals, 2014 als Protege im Wahlkampf gesagt, dass wir dieses Amt beanspruchen, dass wir uns bewerben für dieses Amt. Und für mich persönlich war das auch eine Verpflichtung dem Wähler gegenüber. Wir haben damals zwei Sitze hinzugewonnen. Es war ein Riesenwahlerfolg. Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass die Menschen genau dieses Wahlversprechen eingelöst sehen wollten. Kam es dadurch, dass Sie schon in der Regierungszeit als Minister die, sag ich mal, die Wege geebnet haben in vielen Richtungen? Die Erfahrung im Amt des Unterrichtsministers zehn Jahre lang war extrem wichtig natürlich, um dieses Amt überhaupt ausüben zu können. Man kannte das politische Geschäft. Man wusste, wie die Deutschsprachgemeinschaft funktionierte. Nicht nur das Unterrichtswesen, sondern man ist ja auch immer Minister einer Regierung, die sich um andere Dinge kümmert als das Unterrichtswesen. Diese Themen habe ich also alle kennengelernt. Und ich habe mich natürlich auch für die Themen begeistert, die der Ministerpräsident verantwortete. Das war einmal das Thema der Finanzen, dann aber auch die Kontakte ins In- und Ausland. Ich habe da sehr vieles gelernt, sehr vieles aufgesogen. Das war eine gute Voraussetzung. Aber die Tatsache, dass dann ich wirklich Ministerpräsident wurde, verdanke ich den Wählerinnen und Wählern, die ganz eindeutig zum Ausdruck gebracht haben, dass sie mich für dieses Amt gewollt haben. Das konnte man den Vorzugsstimmen ablesen. Das sah man am Gesamtwahlergebnis. Wir waren die stärkste Kraft in der damals regierenden Koalition. Und die Tatsache, dass ich dann eben ProDG angehörte, war im Landesinnern durchaus als Überraschung vermeldet worden. Da hat es eine Diskussion auch gegeben in den Medien. Aber sehr schnell wurde klar, dass das gerade auch mit diesem politischen Hintergrund sehr gut funktionieren könnte. Frage, Vertrauensfrage in dem Zusammenhang. Wie weit haben sich die politischen Gegner aus dem Fenster gelegt, um mit Ihnen zusammen jetzt eine Liaison einzugehen? Damals, 2014 oder? Ja, 2014 habe ich mit allen Parteien natürlich diskutiert, um zu schauen, welche Mehrheit möglich sein würde. Aber wir hatten uns sehr schnell darauf verständigt, dass die damals amtierende Koalition aus ProDG, PFF und SP weiterregieren würde. Die Frage, die es zu beantworten galt natürlich, wer übernimmt hier welche Funktionen? Und ich habe natürlich sehr deutlich darauf bestanden, dass ich das Amt des Ministerpräsidenten vom Wahlergebnis, war das ja auch legitimiert, ausüben würde. Karl-Heinz Lambert ist damals Parlamentspräsident geworden. Andere haben ihre Ämter fortführen können. Für uns war damals schon wichtig, dass Harald Mollers als zweiter Minister auch weitermachen konnte. Das ist uns in den Koalitionsverhandlungen gelungen. Aber natürlich hat es im Laufe der Jahre seit 2004 immer auch mal Angebote anderer Parteien gegeben, um mit uns Koalitionen zu bilden. Genauso wie wir uns ja auch manchmal offen erklärt haben dazu. Nur beim letzten Mal war für uns klar, 2019 dann, dass wenn die Menschen diese Mehrheit bestätigen würden, wir natürlich eine solche Koalition fortsetzen würden. Das muss beim nächsten Mal nicht mehr so sein. Ich glaube, ich habe das auch im Nachgang gesagt, es war ein Fehler damals, sich schon auf eine Koalition festzulegen. Das war offen und ehrlich und transparent, weil der Wähler vor der Wahl wusste, was wir vorhatten. Aber das habe ich damals auch schon gesagt, nicht mehr so machen. Ich würde es beim nächsten Mal offen lassen. Das heißt, man ist auch immer noch lernfähig, auch in diesen Situationen. Ja, man sollte unbedingt lernfähig sein. Ich behaupte wirklich, nicht nur jetzt in der Krise, aber gerade in der Krise, die wir immer noch erleben, Corona-Krise, dass ich jeden Tag hinzu lerne. Wirklich jeden Tag. Und ich bemühe mich auch, das zu tun. Ich lerne vor allem hinzu, wenn ich kritisiert werde. Das wissen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich brauche Kritik. Kann man das vertragen? Sehr gut sogar. Ich brauche sie. Wenn ich sie nicht bekomme, fordere ich sie heraus. Auch bei uns im Vorstand von Prodegé, noch vorgestern, hörte ich keine Kritik. Ich wusste aber, dass es eigentlich welche gab. Und dann kitzle ich die Kritik heraus. Ich muss kritisiert, wenn ich brauche das, um mich weiterentwickeln zu können. Und ich würde mal behaupten, dass der Politiker, der glaubt, er würde nicht mehr hinzulernen oder der sich dem Lernen verweigert, eigentlich nicht mehr würdig ist, ein Amt, jedenfalls ein verantwortungsvolles auszuüben. Man muss bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Weiterentwickeln, eine Frage in dem Zusammenhang. Nun, durch Corona waren Sie ja sehr, sehr oft auch im Fernsehen zu sehen und des Öfteren ja nun auch mehrmals direkt konfrontiert in Brüssel bei den Medien. Die Frage ist, wie hoch ist die Akzeptanz des Ministerpräsidenten, wenn man mit den anderen Ministerpräsidenten in einer Runde sitzt? Ist das, sage ich jetzt mal, von der Abstimmung gleich? Gleich? Oder heißt es, hm, ja, deutschsprachigen seid ja nur eine kleine Minderheit. Jetzt halt mal schon langsam. Also die Akzeptanz ist wirklich sehr groß. Das behaupte nicht nur ich, das werden die Kollegen, Ministerpräsidenten, Premierminister oder auch Minister der Föderalregierung alle bestätigen. Weil es uns auch in gerade diesen Zeiten gelungen ist, einen Mehrwert in das nationale Krisenmanagement einzubringen, über die Brückenfunktion, die wir ausüben. Wir haben hervorragende Kontakte in das gesamte deutschsprachige Europa, insbesondere zur Bundesrepublik Deutschland. Und da ja nun alle in Europa vor derselben Herausforderung gestanden haben, eigentlich überall auf der Welt vor derselben Herausforderung gestanden, habe ich es für wichtig gehalten, dass man als Belgier nicht nur schaut, was tun die Franzosen, was tun die Niederländer. Diesen Reflex hat man in Brüssel automatisch, sondern auch zu beobachten, was Deutschland an Lösungen, an Maßnahmen, an Möglichkeiten eröffnete in dieser Krise. Und den Blick aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Europa habe ich immer wieder, mittlerweile hunderte Male, in die Beratung des Konzertierungsausschusses eingebracht. Und als es darum ging, spezifisch Interessen der deutschsprachigen Belgier zu verfolgen, wie zum Beispiel zu verhindern, dass die Grenzen nochmal geschlossen wurden oder am Anfang die Grenzen überhaupt aufzubekommen, da hat man gesehen, dass wir einen guten Läumund in Brüssel haben, dass wir einen guten Ruf als deutschsprachige Gemeinschaft genießen und dass man auf Augenhöhe behandelt wird. Das kann man wirklich sagen. Aber juristisch betrachtet hat die deutschsprachige Gemeinschaft als einziger Gliedstaat in Belgien im Konzertierungsausschuss leider kein Stimmrecht. Wir sind beratend zugegen, aber ich glaube, das merkt man gar nicht so. Wenn ich da ein Jahr zurückdenke, gab es eine große Pressemitteilung. Deutschland erklärt Belgien zum Roten Zone. Keine Einreise ohne triftigen Grund. Arbeitsgruppe EU-DG fordert Ausnahmen. Heute, genau vor einem Jahr. Wie ging es Ihnen damals? Damals ging es uns wirklich nicht gut. Das war eine schwierige Zeit. Genauso übrigens wie die einige Monate zuvor, im März, April und Mai 2020, als man uns die Grenzen einfach zugemacht hat, ohne Vorankündigung und ohne mit den Nachbarstaaten überhaupt gesprochen zu haben. Das war ein großer Fehler. Einer der ganz großen Fehlern dieser Corona-Krise. Und wir haben damals über die Arbeitsgruppe EU-DG, gemeinsam mit Pascal Arrimo und Karl-Heinz Lamberts, alles dafür getan, die Grenze wieder aufzubekommen. Und dann kam es durch die Partner und Nordrhein-Westfalen, CDU, Rheinland-Pfalz, Sozialisten? Das ist alles parteiübergreifend geschehen. Und das muss es auch. Das ist ja ohnehin mein Credo der Politik. Wir dürfen uns nicht nur in Parteigrenzen bewegen. Wir müssen parteiübergreifend an derselben Sache arbeiten, wenn es darum geht, wirklich die Interessen der Menschen zu vertreten. Und das hat hier der Grenzfrage bedeutet, sowohl mit Malu Dreyer, SPD, als auch mit Armin Laschet, CDU, eng zusammenzuarbeiten. Es ist uns dann gelungen, auch dank der Unterstützung durch Michael DeJosé, durch die Euregio Maas Rhein, erstens eine Liste der triftigen Gründe in Brüssel auszuhandeln, die es uns überhaupt ermöglichen, das muss man sich mal vorstellen, wieder über die Grenze zu kommen. Beispielsweise, um Familienmitglieder zu besuchen, Angehörige zu pflegen, später einzukaufen und so weiter. Sie hatten ja selbst ein Problem. Ich hatte ein Problem am Muttertag 2020. Meine Mutter wohnt einige Kilometer hinter der Grenze in Deutschland. Ich durfte sie nicht besuchen. Das war zeitweise ja verboten. Und wir haben es dann aber geschafft, diese triftigen Gründe in Brüssel auszuverhandeln, damals noch mit Premierministerin Will Mäß. Und dann auf der anderen Seite dafür zu sorgen, mit Armin Laschet und Malu Dreyer, dass die auf der anderen Seite auch diese Liste anerkannten. Denn sonst kamen wir zwar auf der Grundlage der belgischen Beschlüsse raus, aber anderswo nicht rein. Das macht dann wenig Sinn. Also musste eng zusammengearbeitet werden. Und wir haben mindestens fünfmal erlebt, dass es entweder in Berlin oder in Brüssel den Versuch gegeben hat, unsere Grenze hier zu schließen. Und wir haben ja gesehen, dass das anderswo durchaus passiert ist. Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich, zwischen Deutschland und Polen, sogar zwischen Deutschland und den Niederlanden, ist mehrfach in den letzten anderthalb Jahren geschlossen worden. Oder aber mit Einschränkungen versehen worden, die den Grenzgängern großen Schaden zugefügt haben. Hier ist das ein einziges Mal passiert. Und dann durch unseren Einsatz, den parteiübergreifenden Einsatz mit Pascal Arimont, Karl-Heinz Lamberts und anderen, sie zu öffnen und dann nie wieder zu schließen. Und das war meine Rolle dann in vielen Sitzungen des Konzertierungsausschusses, unseren Außenminister, unsere Premierministerin später, die Außenministerin und den Premierminister, dazu zu bringen, dass sie uns diesen Grenzverkehr offen halten. Mit Ausnahmeregelungen, die es noch hier, nirgendwo sonst in Europa gegeben hat. Mit feinem Fingerspitzengefühl ist an die Sache rangegangen, denke ich wohl. Anderes Thema, Ministerpräsident. Auch die Deutschsprache in Belgien haben ein Recht auf Gesundheitsleistungen in ihrer Muttersprache. Was steckt dahinter? Das ist ein Grundrecht des Menschen, in seiner Muttersprache sämtliche Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Wir haben allerdings festgestellt, dass das in der Deutschsprachengemeinschaft in der Praxis nicht immer der Fall ist. Und als dann das ISOM-Abkommen aufgekündigt wurde, standen viele Grenzgänger, auch viele Ostbelger insgesamt, vor einem großen Problem. Das hat damals dazu geführt, dass ich gemeinsam mit Katrin Jada, beim damaligen Premierminister Charles Michel, interveniert bin, um zumindest die sogenannte Ostbelgienregelung auszuhandeln, also Ausnahmebestände gesetzlich zu verankern, die es dann doch erlauben, in einem bestimmten Rahmen noch Gesundheitsdienstleistungen im Ausland, in deutscher Sprache in Anspruch zu nehmen. Diese Regel ist dann dank des Einsatzes auch der Krankenkassen immer weiter verbessert worden. Und heute haben wir zumindest ein Paket, von dem man sagen kann, das gibt es sonst nirgendwo in Europa. Also diese Ausnahmeregelung, die wir haben, ist nicht so perfekt, wie das ISOM es gewesen ist. Aber es ist die beste Ausnahmeregelung, die weit über die europäische Richtlinie hinaus gibt, die es überhaupt in der Europäischen Union gibt. Das war damals eine sehr, sehr schwierige Verhandlung. Und natürlich müssen wir vor allem aber darauf achten, dass unsere beiden Krankenhausstandorte in Eupen und St. Vitt und ich betone, die beiden Krankenhausstandorte aufrechterhalten werden. Wir setzen uns da mit begrenzten Zuständigkeiten für ein, haben aber auch gesagt, dass wir bereit sind, eine noch größere finanzielle Verantwortung, auch organisatorische Verantwortung in den Häusern zu übernehmen, damit sie zukunftsfähig gemacht werden und vor allem nicht mehr so krisenanfällig sind, wie das ansonsten wahrscheinlich passieren könnte. Steigen wir in ein anderes Thema ein, und zwar Umwelt, das nun heute ein ganz großes Thema ist. Und letzten Freitag gab es eine ganz interessante Pressekonferenz in diesem Zusammenhang. Herr Ministerpräsident, was können Sie denn aus Belgien in dem Sinne Gutes vermelden? Wenn ich zu Ihnen komme, dann immer nur um Gutes zu vermelden. Immer um Gutes zu tun. Ich habe jetzt keine Geschenktüte mitgebracht, aber im Ernst, Klimaschutz, ich habe das gesagt auf dieser Pressekonferenz, ist die größte, die dringlichste, die herausforderndste Aufgabe der Menschheit. Das kann man wirklich so festhalten, denn es geht um nicht weniger und nicht mehr als den Fortbestand der Menschheit. Wir müssen also alle bemüht sein, einen Beitrag zu leisten, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Nun ist mir sehr bewusst, dass die kleine Deutsch-Bereich-Gemeinschaft den globalen Klimawandel nicht aufhalten kann. Aber wir müssen global denken und lokal handeln, genau wie alle anderen auch. Nur so, gemeinsam, indem jeder seinen Beitrag leistet, kann man Klimaschutzpolitik machen. Und wir haben als Deutsch-Bereich-Gemeinschaft gesagt, wir nehmen diese Verantwortung ernst. Wir nehmen 181 Millionen Euro in die Hand als Deutsch-Bereich-Gemeinschaft in den nächsten zehn Jahren, um Klimaschutzmaßnahmen zu fördern. Und ein Teil davon wird fließend in Energieprämien für private Haushalte. Wenn man also Arbeiten am eigenen Haus verrichtet, die der Energieeffizienz dienen, dann kann man auf Prämien zurückgreifen. Ein anderer Teil wird den Vereinen, den Gemeinden zugutekommen. Es wird in der Deutsch-Bereich-Gemeinschaft in Zukunft möglich sein, auch für einen Verein, Energiemaßnahmen zu 80 Prozent Zuschuss zu bekommen. Das ist der höchste Satz der DG, das ist auch der höchste Satz in Belgien. Und wir haben deshalb vor, sehr konsequent jetzt in den nächsten Wochen die entsprechenden Rechtsgrundlagen zu verabschieden, damit auch die DG, die Deutsch-Bereich-Gemeinschaft, damit Ost-Belgen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Herr Ministerpräsident, lassen wir uns noch mal ganz kurz zurückkommen zu den jungen Jahren. Da steckte doch auch ein Hobby, oder? Oh, sogar mehrere. Heute habe ich nicht mehr so viele Hobbys, weil ich die Zeit nicht habe. Aber es hat damals viele Hobbys. Ja, ich habe auch Fußball gespielt, Tennis gespielt, aber eben auch Tischtennis, ja. Meine Eltern haben mich irgendwann gezwungen zu entscheiden zwischen den verschiedenen Sportarten. Ich durfte nicht, obwohl ich das sehr gerne gemacht hätte, Fußball und Tischtennis gleichzeitig spielen. Das waren beide Sportarten eine Leidenschaft für mich. Ich habe mich dann für den Tischtennis entschieden und in der Tat viele Jahre sehr gerne Tischtennis gespielt. Nun hat der Ministerpräsident selbst zwei Kinder, Zwillinge, wenn ich richtig informiert bin. Wie schaut es da aus, Familienleben so mit den Kindern? Hat er Zeit dafür oder nimmt er sich die Zeit einfach aus und sagt, Leute, da ist jetzt mal Schluss mit lustig, die Zeit brauche ich jetzt für meine Familie? Ich muss zugeben, dass ich zu wenig Zeit habe, auch für die Kinder. Das fehlt mir, das tut auch oft weh, dass man da wieder Versammlungen annehmen musste, wo man eigentlich auch mit den Kindern hätte zusammen sein wollen. Ich habe aber das Prinzip mir auferlegt, dass wenn ich für die Kinder da bin, ich auch zu 100 Prozent für die Kinder da bin und mich dann nicht ablenken lasse durch X oder Y. Erschwerend ist natürlich in dieser Krise hier die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse gewesen. Also seit Corona, seit März 2020 bekommen wir ständig Einladungen zu sehr wichtigen Versammlungen oftmals in Brüssel, die kurzfristig einberufen werden und die dann auch meine Familienplanung, die ohnehin schon in einem engen zeitlichen Rahmen stattfindet, wieder durcheinander werbelt. Also die Kinder haben schon auch diesbezüglich unter Corona gelitten. Wenn ich denn mal 24 Stunden, 36 Stunden plötzlich Versammlungen hatte in Brüssel, dann haben sie mich auch nicht gesehen. Ein Grund mehr zu hoffen, dass die Corona-Pandemie möglichst schnell vorbei sein wird, damit ich auch wieder zumindest in einem bestimmten Rahmen für die Kinder mehr da sein kann. Wir können noch ganz viele Fragen stellen, die Ministerpräsidentin, aber wir kommen zum Schluss von diesem sehr aufschlussreichend und sehr interessanten Interview, denke ich, und so ein bisschen in die Hintergründe, PDB, ProDG und so weiter erfahren zu haben. Herr Ministerpräsident, Sie haben drei Wünsche frei. Welche wären die? Der wichtigste Wunsch wurde schon angedeutet zumindest. Ich würde mir wirklich wünschen, noch mehr Zeit mit den Kindern, mit der Familie verbringen zu können. Zum Zweiten, auch das ist schon angedeutet worden, würde ich mir wirklich wünschen, wenn man wieder 100 Prozent seiner beruflichen Kraft auf die wirklich wichtigen Zukunftsthemen der Politik richten könnte, statt sich ständig mit Corona auseinandersetzen zu müssen. Ich wünsche mir also ein möglichst schnelles Ende dieser Pandemie. Und des Weiteren würde ich mir also jetzt aus politischer Sicht wünschen, wenn es gelingen könnte, nach der Pandemie weiterhin im Parlament der Deutschlandgemeinschaft so konstruktiv und parteiübergreifend zusammenarbeiten zu können, auch in sachpolitischen Fragen, wie das jetzt während der Pandemie möglich war. Denn das möchte ich ausdrücklich loben. Mit der CSP und mit Ecolow haben die drei Mehrheitsfraktionen ganz hervorragend, nicht ohne Kontroverse, aber ganz hervorragend zusammengearbeitet, um den Menschen hier in unserer Heimat zu helfen. Die Deutschlandgemeinschaft hat parteiübergreifend 90 Millionen Euro mobilisiert, um es mal an Geld festzumachen, um hier Unterstützung möglich zu machen, Einzelhändler zu unterstützen, den Horeca-Sektor finanziell zu stärken, Schutzmaterial einzukaufen, Impfzentren einzurichten und vieles andere mehr. Das war ein großer Kraftakt für eine kleine Gemeinschaft. Und der war nur möglich, weil wir mit CSP und Ecolow so gut zusammenarbeiten konnten. Eine Ausnahme gibt es da auch. Fünf von sechs Fraktionen haben sich für die Menschen eingesetzt. Eine sechste, nämlich Vivant, hat das nicht getan. Vivant ist die einzige Partei, die versucht hat, parteipolitischen Nutzen zu ziehen aus dieser Krise, durch eine aggressiv-populistische Einstellung, die eigentlich nur dem Parteienteresse dient. Das ist offenkundig und sehr durchschaubar. Aber die anderen fünf haben hervorragend zusammengearbeitet. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn das auch nach der Krise so weitergeht. Das waren zwei Wünsche. Der dritte? Ich habe drei genannt, aber wenn man mir noch einen vierten zugesteht, hoffe ich natürlich, dass es auch möglich sein wird, unabhängig jetzt von der Pandemie, noch mehr zu tun für die Gesundheitsvorsorge hier in Ostbelgien. Das wurde eben ja kurz auch angesprochen. Eine der wichtigsten Lehren, die wir zu ziehen haben aus dieser Krise ist, dass wir mehr tun müssen für Prävention im Gesundheitssystem und dass wir ein großes Interesse daran haben, auch die entsprechenden Prioritäten so festzulegen, dass beim nächsten Ansatz einer solchen Krise wir besser gewappnet sein werden, als das leider Gottes im März 2020 der Fall war. Wir sprachen mit dem Ministerpräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft in der Sendung nachgefragt. Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank für das Interview. Danke auch.